und damit herzlich willkommen zu einem neues video lego harry potter ich habe es euch gesagt ich werde das machen und wir starten sofort ein neues spiel beginnen wir hier ich musste mir extra zwei und alles machen und ja wir spielen lego harry potter unser erster lego projekt in unseren projekten und bald ich will es euch lieber noch nicht sagen abonniert mein kanal wegen ender sind zwei der hat viel aber bitte auch nichts gucken wir heute vielleicht habe ich schon nur ich gucke nicht jeden tag auf mein youtube-kanal ich gucke andere sachen das kann man sehen und manchmal drücke ich Fehler was hat der so feinbart das ist der alte Banda was ist das Harry Potter der armen muss essen machen die Weizen tausend Millionen noch eine Post Sander darfst die aber nicht wirklich reden, die reden nur ba 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 ba. Also das ist jetzt nicht so, dass immer sowas kommt, sondern das ist so ein Spiel, das werden wir auch manchmal selber spielen. Nur zwei kann ich leider spielen, also nicht zu dritt oder viert. Nur zwei. Und ich weiß, ich mache nicht so öfters Videos, ich habe viel zu tun gerade. Und es werden hier viele Lego-Projekte kommen. Ich werde jetzt Harry kommen, Harry Nummer 2, die Jahre 1 bis 4, das ist das. Und die Jahre 5 bis 7, das wird auch noch kommen. Und da wird natürlich auch sehr viel mit kommen. Und es geht schon los. Okay, dabei muss ich kurz was machen, Leute. Ja, die Kamera ein bisschen ändern und jetzt können wir loslegen. Oh. Hier kann man anstatt schlagen, zaubern. Kann jeder saubern oder Harry? Hä, warum kann Dennis zaubern? Ich habe das noch nie gespielt. Ganz neu. Was muss ich machen eigentlich hier? Da oben ist was. Kann man das sehen? Hier ist auch was. So. Hier kann ich was zaubern. Eins von zwei. Oh, sehr viel Geld. Alles kann man kaputt machen. Noch eine Rakete? Was bringt das? Das ist eine blaue? Ich glaube, die blauen sind die besten von allen. Jetzt guck mal, ich weiße, wie komme ich jetzt da hoch. Achso, das kann man schaubern. Ich glaube, dafür muss ich den da sein. Also Harry. Der ist da viel zu dick. Hä? Dann komme ich nicht hoch. Vielleicht muss ich warten und jetzt hüpfen. Ja, war sogar richtig. Hier sehe ich was, was man saubern kann. Und man kann sich leider... Jetzt muss ich den sein. Wie nehme ich das? Achso. Mit Kreis. Und das zurücklegen ist dann auch mit Kreis. Alles, was glitzert, ist mal aufgefallen, kann man glaube ich zaubern. Und da gibt es auch manche Sachen, die mal... Achso, das ist so mit Türen. Sehr nett gemacht. Oh, Geld. Da ist was für einen Kreis drücken. Hallo. Oh. Ich weiß nicht, was das bringt. Löwe und Schlange haben wir. Das ist ein Mensch. Was bringt der? Oh, das kann man jetzt saubern. Dann muss ich eher was hier machen? Ich hab... Ich wollte gerade sagen, ich hab hier keinen Zweitspieler. Was bringt das jetzt? Weiß ich nicht. Komm, wir gehen einmal weiter. Und hier kann... Ne, er ist ja so dick. Das weiß ich nicht. Da retten wir eine süße kleine Enderkatze. Was läuft mit der Blume? Hier ist auch eine Spinne. Achso, da rein. Aha. Ah. Okay, mir ist aufgefallen. Der Drose kann die Sachen... Oh. Ich hab ein schlechtes Gefühl. Beide Sachen. Was ist das jetzt? Auch einfach reingehen? Hä? Ist das Spiel nicht zu Ende? Egal. Gehen wir mal weiter. Da oben ist nichts. Warum kann ich das nicht kaputt machen? Vielleicht Harry? Ne, er kann nur rollen. Oh, wieder ein Hallo? Falls das geht. Aber der muss unbedingt einen Rasier kaufen. Alle haben kein Bad. Er ist der einzige hier, der ein Snowbad hat. Aber die Schweine gehen hässlich aus. Und der malte Sonne... Haus. Ich dachte, der hat hier am meisten Fehler gefunden. Der hat eben eine Brille an. Guck, jetzt hab ich keine Brille. Jetzt guck ich böse. Das wissen wir. Das wissen wir. Hier muss man so machen. Und am nächsten Video werde ich einen anderen mit dabei. Ich werde das jetzt nicht ganz allein spielen. Das ist aber cool. Ich werde das jetzt nicht allein spielen. Sondern mit Skelett, ne? Also der alte, haarige Mensch, ne? Wegen hier sind wir ja keine Minecraft mehr. Was muss man hier machen? Harry? Hä? Der da? Oh. Vergess es. Ich dachte, der 2 kann nur das machen hier. Und das nicht. Was? Achso, jetzt zaubern. Zaubern. Wieder Hallo? Wie viel Geld habt ihr denn? Da brauchen wir ihn. Also der, der den Schlüssel hat, ne? Der ist so bezaubern kann. Ne? Und Harry hat keinen Zauberstar. Der ist... Weiß ich nicht. Hier brauchen wir einen starken. Und hier brauchen wir den bösen Schwein. Ich weiß, dass da ein Schwein ist. Der sieht so aus. Man merkt das. Ne? Und... Ja, hier war was. Hier war was. Achso, ich bin der, der zaubern kann. Der kann also das nicht selbst zaubern. Da ist sehr viel Geld. Das haben wir doch eben... Mein Geld. Hier ist der, die Typ... Der Disto. Geheim. Wieder hier draußen. Oh, hier ist was vom Zaubern. Und ich glaube, ich werde jede Folge nur ein Level spielen, ne, so sieht das aus, wegen wir können ja nicht so lange ein Video machen, gleich ist das Video schon zu Ende, das meinte ich, ne. Und schreibt in den Kommentaren, falls ihr mehr davon wollt, deswegen das ist, oh, dafür haben wir auch was bekommen, richtig gut, was gelb ist, und jetzt gehen wir da rein, wo der blaue, wunderschöne Geisterpfeil ist. Oh, schön. Böse Vogel und böse. Wusste ich, Level abgeschossen, freie Spiel freigeschalten, Hauswappen sind das, drei von vier. Wahre Schauberer sind mir nicht geworden. Münzen. Schüler in Gefahr. Und bis zum nächsten Mal, haut rein in die Show. Leute, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like und schreibt in den Kommentaren, dass wir mehr davon haben. Ciao. Ciao. Ciao.